Von hinten ist ein anderer, von hinten ist ein... Scheiße, 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 warum, warum ich? Die Abnahme läuft? Ja. Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Runde Endergames. Für mich die zweite Runde, für Alleyboy die hundertste. Ähm, wir spielen einfach mal so ein bisschen... Nein, die dritte. Echt, hast du das vorher noch nie gespielt? Ich hab das sonst nur einmal mit Riol gespielt bis jetzt. Achso, ja, ich hab das jetzt, das ist meine zweite Runde und es war einfach super lustig. Genau, bei mir schaut auf jeden Fall das letzte Video, das findet ihr in der Beschreibung und den Balusi findet ihr bei mir natürlich auch in der Beschreibung. Das letzte Video müsst ihr euch unbedingt angucken, das war richtig, richtig Spaß. Auch die Runde von Riol müsst ihr dann aber suchen. Äh, wobei, ne, die... Ich hab schon wieder eine komplette Rüstung. Vier Eisen, vier Diamanten. Waaaaaah! Was ist da denn los? Ich hab ein bisschen Glück gehabt, würde ich sagen. Was ist das denn? Alter, Balui! Was? Das wird eine kurze Runde, du. Warum? Ja, guck doch mal! Das ist reiner Ozean! Was ist das denn für eine Map? Admin? Ich hab TNT! Admin, ich kriege kein Holz. Admin, gib mir Holz! Ich kriege kein Holz! Die verpissen sich alle. Wieso kriege ich kein Holz? Ach nö, durch diese scheiß Leckoptimierung wird das was weiß ich wohin gesetzt. Oh, ist das ätzend. Ich geh unter Wasser. Jetzt lass mir auch mal ein bisschen Holz, Mann! Ich hab schon so viel Luft, gib mir einfach... Oh nein, jetzt baue ich das auch noch hin, Idiot. Balui war... Der Typ hat schon ein Diamantschwert. Balui, warte einfach ab. Plündere die Kisten. Und, äh... Tötet da einfach irgendwen. Das wird eh sonst nix. Balui, komm! Wir stehen hier oben, wir stehen hier oben! Balui, hör auf! Es geht los! Ja, ich hab ein Diamantschwert! Bleib ruhig! Ja, geil, geil, geil! Der tötet alle! Wir bleiben hier oben! Geh hinter dir! Hier! Ich leih die alle ab hier! Burn, baby, burn, lalalalala! Lalalala! Wollen sie hab TNT geblendet? Ah, du bist jetzt nicht mehr unverwundbar. Ja, das ist ja schön. Nein, nein, nein! Stirb, du komische Kampfzieg! Okay, habt eingetötet! Ja, Balui wird eingetötet! Ich bin unter Wasser! Ich will nicht sterben! Wie mächtig! Teleportier mich raus, ich bin tot! Wahrscheinlich! Nein, 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 ich hab noch eins! Ja, ich bin tot! Bin gestorben! Lebst du noch? Ja, ich lebe noch, aber ich muss grad mal schnell was essen, sonst bin ich gleich tot. Balui, Balui, Balui... Bin grad unter Wasser! Warte mal kurz Luft holen! Ich bleibe jetzt unter Wasser, bis ich recke! Hol dir den Typen da oben auf dem Baum! Schnell! Der hat nur ne Eisenschwerte! Und da steht ne Kiste! Einfach hochlaufen! Aber ich hab nur 4 HP, Jungs! Balui, du musst die... Du musst die Insel einnehmen! Alle, diese Kisten ohne Ende! Kommt her! Das ist meine Insel! Balui ist eine! Hol die dir! Der weiß noch nicht, dass ich da bin! Boah! Hahaha! Da komm mal! Rechts! Rechts! Ja! Nein! 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 Oh! Scheiße! Ja, ich würd sagen, wir machen hier nen Schnitt und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde! In der nächsten Runde! Wieder bis gleich! So! Und dann sind wir wieder zurück im zweiten Versuch, weil eben sind wir innerhalb von keine Ahnung 20 Sekunden gestorben, weil uns Leute hinterher gelaufen sind und die uns alle abgemetzt haben. So! Genau! Voll die Brenner! Diesmal wird es aber klappen! Jetzt machen wir ne geschmeidige Runde, du! Wo ist denn der Balui? Hallo! 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 Leben und Knochen Knochen und Schinken Oh, eh, oh Oh, eh, oh Oh, eh, oh Oh, eh, oh Freunde seien durch die Kunden Klaut mir mein Holz Maloui, das darf ich nicht vergessen Geh mal Ich würde so gerne sehen, ich liebe dieses Lied Ich feiere das am Ende Oh, ich sehe gerade fast den Doggy geschlagen Und sind hier viele Doggy? Du kannst die doch gar nicht schlagen Dann kann die doch Ich habe nur ein scheiß Holzschwert Aber egal Kacke mal den ganzen Wald ab hier Hast du schon ein Feuerzeuger, Mann? Wer immer mehr das Holz gerade abgebaut hat Danke Danke Für das Holzschwert Vielen Dank Für die Blumen Eine Goldschaufel machen Ist die auch Vielen Dank Wie lieb man dir Dir, 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 dir Manchmal spielt das Leben mit der Gank Katzen, raus La, la, lah, la Ich habe eine leere Kiße von Oh nein, die ist leer Was? Der ganze Wald brennen einfach Warum? Ah, Kiste Dann wollen wir doch mal gucken Ich brauche Oh, da hinten ist einer Hallüchen Beshift Toll. Nein, nein, nein. Vielleicht bin ich schon wieder tot. Ich will nicht sterben. Lass mich, lass mich. Du musst mit dem sein Skin merken. Was ist das? Was macht der? Oh nein, das ist das Ende der Arena. Deswegen habe ich so viel Schaden gekriegt. Alter. Lebst du? Oh, ich bin tot. Hallo, wie schaffst du das denn immer? Oh, geil. Was war das Ende der Arena? Das habe ich nicht gesehen. Ja, das kenne ich. Oh, Mann. Und dann... Jetzt ist das Ende. Wo ist das Ende jetzt hier? Geht hier lang. Das heißt, ich muss hier lang laufen. Können wir wieder nur early zugucken? So ein Schad. Ich muss das echt mehr öfters üben. Aber vielleicht bin ich jetzt auch tot. Nein, ess. Hä? Wo ist early? Da. Da ist er. Oh ja. Oh ja. Los, krieg ihn. Krieg ihn. Ja, los. Mach. Schläck mal. Schläck ihn. Schläck ihn. Oh, geil. Wie ist das denn? Toll. Das war daneben gefeuert. Ich habe doch meinen Papa. Schinken. So geil, wie er brennt einfach. Und stirbt. Da ist noch ein zweiter gekommen. Early. Da ist noch ein zweiter. Achtung, Early. Achtung, Early. Er kommt auf dich zu. Er kommt auf dich zu. Achtung, er kommt. Er hat die Ria-Schwert. Er hat die Ria-Schwert. Ria-Schwert. Toll. Jetzt verzaubere ich ihn. Von hinten ist ein anderer. Von hinten ist ein... Scheiße, 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 Scheiße. Warum? Warum ich? Weil dein Teampartner weggeportet wurde. Oh. Komm schon, töt ihn, töt ihn. Oh, wir gewinnen einfach. Oh, diese ganz schönen Items. Balu, ich mache mir noch eine dritte Runde hinten anhängen. Ja, komm. Vielleicht kriegen wir noch eine kurze Runde hin. Gut, wir machen noch eine dritte Runde und machen an dieser Stelle wieder einen Schnitt. Und hoffen, dass es mein Licht funktioniert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, finally sind wir wieder hier im nächsten Spiel. Und da steht schon der Balu. Ja, hallo, Balu, ja, hallo. Hallo, ich sehe dich zwar nicht, weil noch nicht alles geladen ist, aber hallo. Hallo, hallo. Hallo, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo. Balu, hier. Mach dich doch nur merkbar. Ich sehe neben dir. Nein, tust du nicht. Ach, du bist unsichtbar bei mir. Fack, schmal. Sehr gut. Ich war aufs Wort. Genau, genau, genau. Ah, lol, die Spawns werden geändert. Ja. Nein, ich hab TNT. Naja, ich mein besser als nix. Was ist das denn jetzt wieder für eine Map? Oh, muss er wieder fünf Stunden schwimmen? Bevor man an den Land kommt? Oh, Tabago! Eure Schutzzeit endet in 60. T-60. Alter, wie weit das einfach ist, bis man... Hier kriegt ja niemand was Gutes. Hallo, Balu, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich seh dich immer noch nicht. Ach, da hinten bist du. Komm, wir bauen uns eine Flöte aus dem Schiff. Ja, klar. Flöte. Dann rennt die Balu durch die Gegend. Da spiel ich. Oh, eh, oh, Balu. Oh, eh, oh. Balu. So, jetzt bauen wir uns hier mal Crafting Table. Eigentlich reichen, also für die Optimierung dieses Spiels, müssten eigentlich theoretisch zwei Holzblöcke reichen, wenn ich das richtig sehe. Weil eigentlich brauchst du nichts mehr als Sticks und dann halt gute Kisten. Und, äh, dann ist, äh, glanz und gloria. So, jetzt geht gleich die... Oh, da ist eine Kiste runtergefallen. Die schnapp ich mir doch gleich mal. Wenn die nicht gleich wegportet oder mich wegportet. Nein, das ist nur ein... Was war das denn? Ja, 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 was war das denn? Der hat mich mit einem... Hatshot, weil du keinen Helm hattest. Warte mal, vielleicht bin ich genauso schnell tot. Ja, das sieht auf jeden Fall in der letzte Runde. Balu, ihr lebt das, überlebt das. Das schaffst du, das schaffst du. Ich schaue dir jetzt mal zu. Bei den, 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 den Operator hier, den, den Hubschrappschrapp. Der ist oben auf dem... Der ist oben einer. Dein Gold ist schwer. Aber mir egal, ich habe... Dirty, dirty, dirty. Nein, nein. Oh, ich bin so schlecht. Ja, ich würde sagen, Leute, es war eine mega, mega Fail-Runde und... Drei mega Fail-Runden. Drei mega Fail-Runden. Okay, es waren eigentlich mehr Fail-Runden, aber die haben wir halt nicht alle reingenommen, weil die teilweise nur 20 Sekunden oder so gingen und... So wie die ungefähr hier. Ja, aber ich würde, wenn es euch gefallen hat... Aua, hinterlasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben und schaut bei dem Baloui vorbei. Und in die anderen Folgen, die findet ihr, beziehungsweise die Mini-Games-Playlist. Die findet ihr nämlich bei mir in der... Oder? Mach ich den? Ich packe die Videos. Die drei, die zwei, ein oder zwei Videos packe ich in die Beschreibung. Die müsst ihr auf jeden Fall angucken und schaut, wie gesagt, bei dem Baloui vorbei. Und eigentlich klaue ich gerade Baloui seine Abmoderation, aber das ist mir völlig egal. Das war's schon. Hallo. Hallo. Und ja, denn? Was ist denn hier, du Geist? Das ist Geist-Early. Das wirkt mit deinen Augen sogar noch spuchiger. Guck mal, wenn man dich schlägt, dann... Absorbierst du Extro-Plasma. Ne, wie heißt das? Oh ja, ja. Ich merke gerade, dass mir mein anderes Mikro noch runtergeklappt hat. Und wundere mich die ganze Zeit, was das ist, was mir da mit dem Gesicht rum... Ja, du bist mein Held. Gut. Ja, Jut. So, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das gefallen, ne? Lasst mal einen Daumen nach oben da. Und überhaupt, guckt bei Early Boy vorbei, wenn ihr bei mir guckt. Und andersrum genauso. Nein, bei mir... Ja, ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Early hat das schon alles gesagt. Ich brauche gar nichts mehr dazu sagen. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.